Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf meinem Trauma-Welt-Kanal. Also erst war ich erschrocken, welche Längen und Wege die Wachtturm-Gesellschaft jetzt geht, um ganz besonders auch wieder junge Menschen zurück in ihre eigenen reinzuholen. Und wir gucken uns jetzt kurz einen Ausschnitt aus dem Broadcasting März 2023 an als Beispiel. Und dann sprechen wir darüber. Es tut ein bisschen weh. Ich warne euch gleich vor ein bisschen Triggerwarnung für die, was da präsentiert wird. Und ich breche das dann aber nach einer Minute ab und wir unterhalten uns da ganz kurz zu, weil ansonsten meine Ohren anfangen zu bluten und eure sicherlich auch nichts gegen Musik oder irgendwelche Stilmittel. Aber das, was hier angewandt wird, tut meines Erachtens nach weh. Ja, ganz einfach weh. Aber wir gucken uns das ganz kurz an und dann sprechen wir darüber, was diese Organisation anscheinend für Probleme hat und wie sie diese versucht zu lösen. Denn meines Erachtens nach ist sie hier nicht nur Opferschützer oder beziehungsweise versucht, die Menschen wieder aufzubauen. Nein, sie ist auch der Täter im Hintergrund, indem sie die Menschen erst niederschlägt, um sie dann wieder aufzubauen. Aber da sprechen wir gleich rüber. Jetzt erst mal Film ab für die, wie sagt man, Vogelfänger oder wie wird es genannt in der Bibel? Das ist Satan. Was ist Satan nochmal? Der ist ein Vogelfänger. Na ja, gucken wir uns das mal an. Ist es nicht schön, dass Jehova für alles sorgt, was wir brauchen, damit wir wieder auf die Beine kommen, wenn wir stolpern? Unser liebevoller Vater ist jemand, der wirklich gern vergibt. In unserem neuesten Musikvideo sehen wir, wie viel Jehova an denjenigen liegt, die sich von ihm entfernt haben. Wenn Jehova auf uns sieht, besteht kein Unterschied. Wir sind vor ihm gleich und machen Fehler jeden Tag. Es schließt sich leise ein und du fielst darauf herein. Schenk mir einen Augenblick, ich zeige dir, dass Gott dich weiter liebt. Fang mit ihm nochmal an. Also, naja, als ich mir das Video zum ersten Mal angeguckt habe, habe ich es ohne Ton gehört und habe gedacht, oh mein Gott, jetzt fangen sie an, Anime zu drehen, um junge Menschen wieder reinzuholen, weil Anime hat ja einen unglaublich tiefen Effekt auf uns, auf Gefühle, weil man da Dinge ausdrücken kann, zeichnerisch, die einen sehr, sehr tief berühren. Und ich habe angefangen, darüber zu forschen und nachzugucken, gedacht, oh meine Güte, was fangen die da jetzt an? Gerade weil sie ja in dem letzten, und der Bericht, unsere Tätigkeit ja auch offen gesagt haben, dass ihre Lehren ja DNA, Glaubens-DNA-Verändernde sind. Und da habe ich gedacht, oh Mann, was fangen die da jetzt an, junge Menschen hier zurückzuholen, beziehungsweise Glauben zu machen, dass diese Organisation das Richtige und das Einziges Wahre ist und nutzen jetzt auch noch Anime als Stilmittel. Aber als ich das dann gehört habe, dass das ein Musikvideo gemacht wurde mit dem Gesang dahinter, ich habe es mit dem Englischen sowohl im Deutschen angehört, es wurde nicht besser, meines Empfindens nah, ich habe gedacht, oh, ob das die junge Generation anspricht, ich weiß es nicht, mich spricht es nicht an. Aber die Botschaft ist hier ganz klar, du bist verloren. Und ich lasse das Video ja ganz bewusst weiterlaufen, guckt euch das an nebenbei. Die Botschaft dieser Organisation ist klar, bist du nicht mehr auf Jehovas Seite, weil du weggegangen bist, bist du ja verloren, weil du bist ja des Todes geweiht im Grunde genommen, du bist ja ganz einsam in dieser Welt und diese ganze Welt liegt ja in der Macht dessen, in der Böse ist und deswegen bist du ja so einsam und es ist so traurig. Das macht aber die Lehren dieser Organisation nicht richtiger. Das macht es nicht richtiger, dass diese Organisation meines Erachtens nach keine Vertretung von Gott, von einem Schöpfer hier auf der Erde ist und das macht es auch nicht richtiger, dass hunderte verschiedene Prophezeiungen dieser Organisation meines Erachtens nach oder Interpretationen der Bibel sich als falsch dargestellt haben. Würde Gott Jehova hinter dieser Organisation stecken, dann würde sein Heiliger Geist nicht ständig Probleme bzw. Fehler verursachen oder der Mensch würde diese fehlerhaft interpretieren, um seine Bevölkerung, seine Mitglieder oder das Volk Gottes ständig irrezuführen über die Jahrzehnte. Aber dieses gesamte Bild, das können junge Menschen meines Erachtens nach, oder ich konnte es auch nicht überblicken, weil man ja noch gar nicht so alt ist. Ja, man weiß nicht, dass 1879, das 1914, 1899, 1918, 1925, 1931, 1975, überall es immer direkte oder indirekte Voraussagen dieser Organisation gab, entweder in Form der Bibelforscher oder später Jehovas Zeugen in ihrer Literatur, den Jahrbüchern oder Wachtung und Erwachet oder anderen Publikationen, gab es immer wieder Voraussagen, dann kommt das Ende, dann hat diese Generation geendet, von der Jesus sagte, dass sie das Ende sehen wird oder auf keinesfalls vergehen wird. Nein, das sind alles falsche Interpretationen von Menschen, die sich das wünschen und sich selbst den Anschein geben und sagen, nein, wir stehen in einem ganz besonderen Bunde zu Gott, wir sind Gesalbte Gottes, wir haben den Heiligen Geist, eine Ecke mehr als alle anderen und deswegen verstehen wir die Tiefen, die Längen, die Breiten und die Höhen der Bibel noch ein bisschen besser. Ihr lieben jungen Leute, das macht es nicht richtiger. Diese Organisation hat nach meinen Erforschungen und nach den vieler, vieler anderen da draußen nicht den Segen Jehovas, sie ändern ständig wieder ihre Lehren und dass du dich da draußen einsam fühlst, das liegt daran, dass diese Organisation mit ihrer Ächtungspolitik Täter ist. Die Bibel und meines Erachtens nach auch Jesus hat so ein Bild überhaupt nicht geprägt, dass man ehemalige Mitglieder oder Menschen, die eine andere Weltanschauung sich aneignen über die Jahre, dass man diese behandeln sollte wie Dreck. Das verursacht nämlich die Schmerzen, die junge Menschen erleiden, die auch in diesem Musikvideo propagiert werden und wo gesagt wird, ach, du bist nicht alleine, du kannst doch wieder aufstehen. Entschuldigung, hier verkauft sich jemand als Arzt, der dir vorher das Gift gegeben hat, um dir dann wiederum die Heilung zu verkaufen. Oder man könnte es ja anders sagen, es ist wie ein Feuerwehrmann, der es das Feuer gelegt hat, um es dann wieder löschen zu können. Diese Organisation misstraucht meines Erachtens nach die Bibel, um Mitglieder abzustrafen, um sich weiter zu isolieren. Und deswegen diese Ächtungs- und Meinungspolitik, die ja jetzt nicht nur in Japan und Norwegen und anderen Ländern hier massiv untersucht wird, weil sie zu sehr starken psychischen Problemen führt bei ihren Mitgliedern und weil ganz viele Mitglieder auch gefangen sind in dieser Organisation. Wir haben es vielfach diskutiert hier auf dem Kanal. Aber interessant ist, was der liebe Bruder, jetzt sage ich schon lieber Bruder, Aber der Herr Herod Cochrane zum Schluss dieses Musikvideos sagt Das Musikvideo hat einen wichtigen Lehrpunkt hervorgehoben. Wir können wieder aufstehen. Das ist keine übertriebene Erwartung, weil Jehova uns dabei hilft. Ja, warum muss man denn wieder aufstehen? Warum ist man denn gestolpert? Kann es sein, dass man unglaublich tiefentraurig ist, weil man von seinen ehemaligen anscheinenden Freunden und Familie wie tot behandelt wird? Oder weil man sich wirklich mit seinem Tod jetzt auseinandersetzen muss, weil man vorher in der Traumblase gelebt hat, mal ewig leben zu können? Und jetzt versteht, Moment mal, wenn diese Lehren der Organisation, diese Interpretationen der Bibel nicht richtig sind, ja, meine Güte, dann lebe ich ja wirklich nur 60, 70, 80, 90 Jahre. Und wie viel Zeit habe ich eigentlich vergeudet? Warum muss ich denn wieder aufstehen? Weil ich merke, wie viel Zeit ich vergeudet habe. Und warum muss ich denn wieder aufstehen? Vielleicht, weil ich merke, dass ich ziemlich asozial erzogen worden bin, weil ich immer das Bild hatte, dass alle Menschen da draußen böse sind von Satan. Hier immer wieder der Matrix-Vergleich. Jeder könnte im nächsten Moment der Mr. Fniss sein. Und weil man merkt, Moment mal, so böse ist die Welt da draußen gar nicht. Das war nur ein Bild, das geprägt wurde von dieser Organisation, um sich zu isolieren. Ich befürchte einfach, dass viele Menschen, viele junge Menschen da draußen oder auch ältere, erst mal aus dieser Organisation herausgebrochen sind, weil sie ihr Leben gelebt haben auf der einen oder anderen Art und Weise, aber noch nicht wirklich durchdrungen haben, dass diese Organisation von den Lehren, nehmen wir es mal beispielsweise her, von den Doktrinen her, zum einen weder rein biblisch ist, sondern dass ihre persönlichen Interpretationen und Vorlieben der Bibel sind, noch ein liebevoller Vater, Gott, Jehova oder Jesus hinter dieser Organisation stecken kann. Einfach ganz kausal, wenn man sich die Geschichte dieser Organisation anschaut und wenn man noch darüber hinaus schaut, was sie ihren Mitgliedern predigt und was sie selbst im Hintergrund gehandhabt hat. Zum Beispiel, dass das wilde Tier, die Vereinten Nationen in den 90er Jahren, haben wir das im Offenbarungsbuch studiert, vielleicht viele junge Menschen, die auf so ein Musikvideo auf Anime anspringen, können das gar nicht mehr wissen aus den 90er, 80er, 90er Jahren, weil sie noch zu jung waren oder vielleicht noch gar nicht geboren waren, dass diese Organisation gesagt hat, die UNO, die Vereinten Nationen, ja, ja, das ist was ganz Böses und das ist in der Offenbarung schon so vorausgesagt worden, dass diese Organisation zu Fall kommen wird und dass es das böse, falsche, wilde Tier ist aus der Offenbarung. Gleichzeitig waren sie aber Mitglied dieser Organisation. Ich habe es mehrfach belegt hier auf dem Kanal, euch gezeigt mit Zahlen, Daten, Fakten, auch, dass sie aktuell bei der OSCE weiter mitmachen. Also, sie geben nach außen ein ganz anderes Bild auch Politikern und der Presse gegenüber, als sie es ihren Mitgliedern gegenüber machen. Sie nutzen Wachtung und Erwachet versteckt als Werbemedium bei ihren Mitgliedern. Sie horten selbst ein gigantisches Immobilienportfolio und machen Milliarden Gewinne, nicht nur mit Immobilien, auch sehr wahrscheinlich an der Börse. Das konnte ich bisher noch nicht belegen, aber dazu gibt es einige, einige Interpretationen beziehungsweise Dinge im englischsprachigen Raum, die ich noch nicht aufgearbeitet habe auf diesem Kanal. Aber auch da gibt es Hinweise, dass hier Wasser gepredigt wirkt, aber selbst Wein getrunken wird, wie man immer wieder so schön sagt. Deswegen kann ich jedem jungen Menschen, jedem Menschen nur empfehlen, bitte studiert, wenn ihr sagt, die Bibel ist für mich weiter eine Autorität, nehmt euch eine ursprüngliche Bibel, vielleicht eine alte Elberfelder Bibel oder ähnliches und studiert diese und vergleicht sie mit dem, was ihr um euch herum beobachtet, vergleicht sie mit dem, was ihr bei den Jopherszeugen seht. Oder wenn ihr einen witzigen Zugang zu dieser ganzen Geschichte wollt, einfach mal eine andere Betrachtungsweise der Bibel, der Interpretation der Jopherszeugen, dann guckt euch oder hört euch dieses Hörbuch an. Gott schafft sich ab von dem Ando, den ich hier schon interviewt habe, das wir gerade nach und nach hier produzieren für euch. Auch wenn es manchmal etwas sehr zynisch oder sarkastisch ist, wie der Ando das ausgedrückt hat in seinem Buch, ist doch einiges Wahres dran, beziehungsweise sind das sehr logische, kausale Überlegungen, wie ich finde, die man ruhig anstellen darf und wo man sieht, dass diese Organisation der Jopherszeugen versucht, die Bibel weiterhin für ihre Zwecke, für ihre Ideen zu missbrauchen oder ihr eigenes Trauma damit zu erklären. Weil unterm Strich, ja, und das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren widerlegen, aber unterm Strich gibt es keine ultimative Antwort. Es gibt nicht das absolute Schwarz-Weiß, ja, so wie Jehovas Zeugen es ganz einfach in ihrer Lehre interpretieren. Böse Satan, gut Jehova, Machtkampf gut gegen Böse, was ja auch in vielen Filmen immer ganz einfach mit den Protagonisten und Antagonisten dargestellt wird. So einfach ist das Leben in der Praxis nicht. Und das merkt man mit zunehmendem, ja, Alter, ich benutze dieses Wort, dass nicht alles Schwarz-Weiß ist, sondern Dinge ganz bunt und differenziert sind. Aber gerade Religionen, gerade Sekten oder Kulte machen es immer ganz einfach durch ihre Lehren und da glaubt man, dass es da eine Erklärung gibt, aber die gibt es nicht. Es gibt noch keine ultimative, abschließende Erklärung auf unserem Planeten und damit muss man sich auch auseinandersetzen als ehemaliges Mitglied zu einer Organisation eines Kultes, dass es keine ultimative Erklärung bisher gibt, warum wir auf diesem Planeten sind, was der Sinn des Lebens ist und wo wir einmal hingehen. Diese Fragen bleiben unbeantwortet und das kann einen sehr verunsichern, gerade wenn man aus einem so geschlossenen Weltbild wie bei den Jehovas Zeugen kommt. Meines Erachtens nach, soweit bin ich momentan, ist ein Teil des Sinn des Lebens, dass wir fühlen, dass wir wahrnehmen, dass wir empfinden und dass wir uns gegenseitig weiterhelfen auf der Entwicklung hier auf der Erde, menschlich, dass wir gucken, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir die Umstände noch besser schaffen für die nächste Generation und wir schauen mal, was dann passiert. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich fand das sehr witzig, sehr erschreckend, weil immer mehr Serien bei Jehovas Zeugen gemacht werden, um junge Menschen wieder zurück zu, man sagt so ein bisschen Guild Tripping, dass sie ein schlechtes Gewissen haben und auch mit den Eltern wieder vereint sein sollen und mit ihren alten Freunden. Nein, bitte untersuche für dich ganz, ganz persönlich, ob diese Lehren der Organisation aus deiner Sicht richtig sind, ob es logisch, kausal und liebevoll sein kann eines Gottes, eines Vaters. Das, was passiert in dieser Organisation, man muss gar nicht mal drauf gucken, was Älteste jetzt falsch gemacht haben oder einzelne Mitglieder. Warum geht es erstmal für mich gar nicht, wobei man da auch Ansätze finden könnte für sich. Einfach, was sind die Lehren, was sind die Zahlen, Daten, Fakten dieser Organisation und ist es logisch anzunehmen, dass ein Gott allein hinter dieser Organisation steckt, dass sie die allein wahre Organisation sind und alle anderen Organisationen, alle anderen Religionen auf dem Holzweg sind, wie sie selbst sagen. Ich kann dir nicht nur einladen, schau dir die Videos auf diesem Kanal an. Da habe ich das verarbeitet, was mich bewegt hat, diese Organisation nach fast 40 Jahren mit meiner Familie zu verlassen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.